Ja Hallöchen, herzlich willkommen zur 121. Folge von Andreas Schubert Transporte hier im Euro Truck Simulator 2 mit Titel dem Programm für den eigenen Auflieger und den Hard Economic Mod von Herrn Klaas. An der polnisch-deutschen Grenze. Müssen wir hier so einen Schlenker fahren? Ne, müssen wir nicht. Ja, da sind wir wieder in der Heimat oder im Heimatland. So, hier geht es jetzt auf die A20. Roast durch Hamburg unserer Richtung. Wir sind schon reingefeuert hier, oder? Ganz schön reingefeuert. Na, fahr doch auf die linke Spur, Junge. Alles frei. So, wie sieht es eigentlich fahrzeitmäßig aus? Was hat man hier im ETS 2 für Fahrzeit? Mit dem Mod, mit dem Hard Economic Mod. Das war ein. Ja, 30 Stunden, oder? 30 Stunden, wenn man hier alles durchstellt. Um 7 sind wir losgefahren. Also, können wir bis ca. 20 Uhr fahren. Müssten wir noch an Rostock vorbeikommen eigentlich. Schaffen wir das noch bis hin? Oh, das könnte knapp werden bis hin. Aber es ist zu schaffen. Könnte zu schaffen sein, ja, tatsächlich. Also, nochmal als kurze Zusammenfassung. Wir haben in Olsztyn Polen geladen. 25 Tonnen Spanplatten. Die sollen nach Burg auf der Insel Femar. Das ist hier Budgarten, da oben. Obwohl es nicht nur noch 4 Stunden jemals fahren könnte, ne? Hm, schwierig. Sehr schwierig. Lassen wir uns überraschen. Ja, Rostock machen wir keine Pause. Das liegt ja mehr oder weniger vor uns jetzt. Es ist zu früh. Das ist zu früh. So, ich muss dann aber ganz dringend in die Mods, auf diverse Modsseiten gucken. Was mich interessieren würde, ist nämlich folgendes. Wir sind ja nun, äh, ich denke mal zum Zeitpunkt, wenn das Video hier erscheint, noch in der Beta, der 1.28. Also wir hier nicht im Spiel. Also wir fahren ganz normal noch die 1.27. Aber die Beta gibt es schon für die 1.28. Da gibt es Double Trailers. Und rein von der Logik her, müsste es jetzt auch möglich sein, vernünftige Gliederzüge zu bauen. Weil wir haben ja mehrere Knickpunkte, mehrere Drehpunkte. Soll der eigentlich, soll der eigentlich funktionieren? SCS-Software wird noch keine implementieren, glaube ich nicht. Ich habe ja nichts davon gelesen, aber, ja, es gibt gar noch eine Modding-Community. Und ich brauche den neuen Physikmod, meine Herren, das ist, das ist... Ich habe jetzt zwischen den Aufnahmen, zwischen der letzten und dieser nicht geguckt, muss ich ehrlich zugeben. Dann haben wir jetzt nun hier Hauptfahrtsstrahl Sund passieren. Das ist immer ein bisschen doof, wenn du während der Fahrt das Spiel beendest. Also wie die letzte Folge haben wir ja während der Fahrt abmoderiert. Hier während der Fahrt wieder anmoderiert und alles, ne. Und wenn du auch jetzt das Spiel beendest, musst du quasi wieder komplett neu anfahren. Und stehst du auf dem Punkt, wo du zuletzt noch gefahren bist. Aber deswegen, glaube ich, das Sein, das kein Interesse gehabt. Rostock 78 Kilometer. Geht auch vielleicht doch nicht so verkehrt. Na, dann wollen wir hier jetzt Pause machen. Aber hier ist es noch sehr früh. Gucken wir aus und Weise auf das Dreckding hier, was das sagt. Drei Stunden noch. 16, 17, 18, 19, 45. Ne, das ist noch zu früh hier. Müssen wir eigentlich dann noch auf den Rasthof stoßen. Das ist mal so reif im Bauchgefühl her. Ich dachte, da habe ich das verwechselt. Ah, ne. Doch, ich habe gesehen, dass hier Rostock vor uns liegt. Ja, da werden wir auch nicht einhalten. Da heizen wir durch. Hat das schon mal wirklich einmal gesehen? Hier, Polizeiautos auf Basis vom Passat CC. Gibt es das wirklich? Also hier in meiner Region nicht. Ich habe es auch noch nirgends anders gesehen. Aber ich brenne ja nun an, ich gehe das Polizeiauto in Deutschland. Ich wollte gerade sagen, fahre auf die Spur rüber. Und lasse mich hier. Jetzt kommt er wieder rüber. Ja, wir heizen ja gerade durch. Hier geht uns alles nichts an, hier die Abfahrten. Ich habe es gelesen, Berlin, Rostock, holen wir nicht hin. Hier könnte Hamburg dran stehen eventuell. Ne, Lübock, 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 Lübock steht dran. Ja, guck mal, ich bleibe, ob ihr gelesen habt. Und vor allem dann geht es wieder, was du bis dahinter. Auch da wollen wir das jetzt nicht nach oben ran. Es ist hier nicht gelesen, wenn ich nicht Bienhancees bin. Das ist hier nicht voll vom요 der Haupt ail Почему. Es ist ein Perf reflekt. Des kundigen wird vom Between Village ab Zack. Und dann werden wir dann schnell auffirmen nur zum Beispiel bible Primasche. Bei meinem Glück kommt jetzt hier kein Rasthof mehr. Doch da vorne pumpt was. Schaffen wir das noch bis hin. Ich habe gerade nicht wirklich vor Augen. Wie weit das jetzt von Rostock noch bis da hoch war, entzieht sich jetzt mal eine Erkenntnis. So weit ist das gar nicht mehr oder? Es dauert jetzt noch zwei Stunden Zeit. Hier kämen wir jetzt einen Parkplatz. Oh, Don, entscheide dich. Das wird mir sonst zu stressig. Ich weiß nicht, ob da auf der A1 noch was kommt auf unserer Strecke. Da können wir nämlich hier noch in Ruhe tanken. Aber das ist besser. 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 Das ist auch zu stressig. Weil selbst wenn wir es noch in zwei Stunden bis nach Burg geschafft hätten. Wir hätten ja noch dann abladen müssen oder dort uns dann ein Parkplatz suchen müssen. Und innerorts parken ist immer schwierig. Das muss man immer nur so Werkstätten oder irgendwelche Dümpelparkplätze. Nehmen wir Diesel. Das wird vielleicht besser sein. Und der wird zu stressig. Und wir haben da auch kein, das tut nicht notwendig, sag ich mal. Also völlig Hupe. Wie gesagt, wir können da täglich 24 Stunden abladen. Und da müssen wir jetzt hier nicht ums Verrecken hier um jede Minute kämpfen. Haben wir nicht nötig. Haben wir einfach nicht nötig. Dann stellen wir uns lieber hier auf einen schönen Rastplatz. Ja schön. Ja schön. Ist halt relativ ne. Und machen wir unser Bäuschen. Trinken wir noch ein Bierchen. Feierabends Bierchen oder so. Der Kollege hier mit dem DAF hat auch schon Feierabend. 30 12 23. Wissen Sie Bescheid. 12 23 ist immer die Stoffnummer. Ist einmalig. Weltweit sogar. Das heißt. Wenn du die. Könnt ihr auch googeln. Da wisst ihr genau was es ist. Und. Ja. Wisst ihr genau was es ist. Genau. Gute Nacht. Ah. Norddeutsches Regenweiter würde ich jetzt mal sagen. Gut. Na gut. Müssen wir mit leben. Kann ich jetzt gucken wie spät es war. 5 Uhr morgens. Donnerwetter. 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 Ja. 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 Er macht nur schon eine 11 Stunden Pause. Wie haben wir denn neun gemacht? Lass mich bloß nicht raus. Du bist so dumm bist du, du bist so dumm. Mal gucken was hier dran steht, müsste ja irgendwas von Putt Garten oder so dran stehen. Oder Lübeck Süd. Irgendwie jetzt die A1, führt uns jetzt die 207 auf die A1, könnte es sein. Oh ja, mal so ein kleines Hinweisschild, dass hier ein Kreisverkehr kommt und so, ja nicht verkehrt gewesen. Halt irgendwie in Erinnerung, dass wir noch A1 fahren müssen. Was die uns da hochführt, da habe ich mich da überguckt. Möchte ich natürlich jetzt auch nicht ausschließen an der Stelle. Ich da euch ne kleine Fehlinformation gegeben auf der letzten Folge. Musik 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 So, hier steht vorhin noch eine 60 im Navio, aber eigentlich noch eine 70 vorhanden. Das ist ja innerrotz. Ja, so wie zum Thema 70 fahren. Ach, hier wäre ein schöner Barplatz gekommen, ja. Und das hätten wir auch noch bequem geschafft. Bequem hätten wir das geschafft. Kann man sich so schön an den Rand stellen? Dann, weiß ich noch, zweite, dritte Folge oder so von der zweiten Staffel von Schubertransporter haben wir hier beendet bzw. gestartet. Weiß ich noch. Ach, da stand schon der schwarze BMW-Tel. Hm, naja. So, Donny, hast deine A1. Ich hatte hier die B207 nicht auf dem Schirm gehabt. Dass die uns da quasi mit den beiden Autobahnen verbindet. Schlechte Routenplanung, dann schlechte Routenplanung. Schlechte Routenplanung. Ja, wer jetzt sagt, ach du, jetzt bist du auf dem Standstreifen gefahren. Ja, bin ich. Ja, finde ich effektiver oder finde ich besser, hier am Ende anzuhalten und aus dem Stand auf der Autobahn zu fahren. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist meine Meinung zu der Thematik. Ich bin, glaube ich, auch nicht der einzige LKW-Fahrer, also jetzt mal auf die Realität bezogen, oder ich war nicht der einzige LKW-Fahrer, der das so praktiziert hat, ganz im Gegenteil. Das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, ne. Ich muss eben auch vorher gucken, dass man erstens überhaupt einen Bandstreifen hat und zweitens, dass der nicht gerade besetzt ist durch ein Bandfahrzeug oder so, das ist völlig klar. Ja, der Parkplatz hier, so ärgerlich ist das nicht, dass man hier nicht angefangen hat mit Lübeck. Weil, wir hätten ja sowieso noch tanken müssen. Und daher ist das nicht so ärgerlich. Oh, hätte es vielleicht, hätten sie jetzt nicht zwängen gemüßt, aber hat sich heute angeboten. So, ah, ja, wir haben ja jetzt nicht zwängen, okay, okay, okay. Steht doch nicht mal dran hier. Gut, galt gerade aus, ja, aber was hier links ist, steht nicht dran. Muss ich jetzt wirklich meinem Nobby vertrauen. Oh, das sieht ja wohl an der Spitzenkurve aus. Da hinten wäre eine Tankstelle mit Parkplatzmöglichkeit gewesen, nur mal so ums in Kenntnis zu nehmen. Wäre quasi eine Möglichkeit gewesen, Pause zu machen, aber wir sind ja fünf Uhr morgens losgefahren. Jetzt ist es 37, das heißt, wir hätten eine halbe Stunde überzogen. Wäre vielleicht mal eine halbe Stunde noch nicht so wild gewesen, aber muss man endlich herausfordern, Schicksal. Also, Resümee zu der ganzen Pausenplanungsgeschichte, alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. So, E-Aquress heißt die Bude, wo wir hin müssen. Da das hier die einzige Bude ist, habe ich auf der Karte schon gesehen, ist es nicht so schwer zu finden. Ein Bauernhof. Oder Ländwirtschaftsindustrie. Wo wir eigentlich nicht mal holen. Wobei, das sieht schon. Ah, das ist noch mehr Bauernhof. Ich weiß nicht so aus, als ob die hier, was weiß ich, wie viele Tausend Schweine auf längsten Raum einsperren. So ist unser Tor hier. Kein Tor zwei. Standen Leute über Bier. Das wäre noch geil. Das wäre noch richtig geil, wenn dieses virtuelle Gedöns, die jetzt durch sowas ersetzt wird. Dass die hier quasi, ähnlich wie hier, nur halt nicht mit so einem virtuellen Bimm, sondern, dass da wirklich irgendwo fett ein Häuschen ist, an das du ran fahren musst. Und da wird dir dann einfach nur gesagt, okay, wird das ich Rampe drei. Und dann wird das quasi alles ohne diese virtuellen Hilfe allein praktiziert. Das wäre so das nächste, was wir mal in Angriff nehmen könnten. Das SCS Team. Ich weiß, es gibt Mods, da werden diese virtuellen Sachen hier ersetzt. Aber das ist dann, ja, wenn das nun nicht da ist, ist das immer schlecht. Weil der Simulator baut ja darauf auf, dass die Dinger da sind. Deswegen ist es schwierig. Ein bisschen Schwung nehmen hier, sonst kommt man bestimmt, da kann der nicht hoch. Genau. So. Gut. Ja, das baut ja alles darauf auf, wenn wir das nicht hätten. Das ist vielleicht auch sehr schwierig dann, den Simulator zu sagen, wo ich bin. Gut, okay. Ja. Dann sind wir schon wieder bei 26, 27 Minuten hier. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich hier jemanden finde, der mich ablehnt, dass sie ihre Spanplatten kriegen. So. 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 Nächste Folge würde ich sagen, melde ich mich wieder mit einer Leerfahrt oder schon mit einer neuen Ladung. Mal gucken. Wenn es euch bisher gefeiert hat, könnt ihr mir gerne Däumchen nach oben da lassen. Abonniert, kommentiert, was das Zeug hält. Und ja, ich hoffe wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Fahrt schon rechts. Grüß die Leute. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.